hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von last epoch ja ich habe gestern ja noch leistung machen wollen und es leider nicht mehr geschafft ich war nämlich ja beim hno ich hatte ja eine entzündung im linken ohr und uns ausgesehen also von menschen ausgesehen links und dort habe ich sehr viel blut gehabt es ist leider nicht so gut ausgekommen aber immerhin ist es jetzt wieder ein bisschen schmerzloser und ich kann ja hoffentlich auch jetzt wieder ein bisschen besser aufnehmen und jetzt plan so in nächster zeit werde ich dann auch die sachen kaufen die hardware dann habe ich endlich bessere qualität und eventuell bitte keine wild enemies ich habe immer 98% mehr wild enemy damage gemacht oder die barren sind sehr die barren beris gritzli beris ja ja barren oder beris sind halt schon tanky monster in games der secret 2 auch mega gefährlich ja das ist aber wegen dem mod enthält edition das ab dem grundspiel nicht eventuell kann ja es geht wahrscheinlich mit entständen edition nicht aber sonst hätte er noch mit spielen können da muss ich leider alleine dann wieder weiterspielen irgendwann mal wenn ich mehr zeit habe aber ja zwar am er dass wie die screen möchte natürlich andere sachen aufnehmen als letzt plane sehen aber ich musste da auch immer ein bisschen mehr zeigen dass ich halt gewisse andere projekte noch habe die sind ja auch aufwechsel habe ich leider nicht mehr so lust also ja sie darf schwer sein für ihn und der rollenspiel selber ist ja noch ein weg ein bisschen vom und geht ja wo ich mache und deshalb ja kann es sein dass es halt einfach eher auf videos beruht also jetzt las der poch nicht so leisten machen kann ja schon manchmal aber ja mal schauen wenn ich zeit und secret 2 geht halt nur als live stream und deshalb muss ich da auch wieder ein bisschen zeit opfern ja wenn ich nur irgendwie 24 stunden aufnehmen könnte und wenn ich jetzt zwölf also live streamen könnte aber jetzt kommt zwar ein vieh also der boss wahrscheinlich nicht ja ja immer ausweichen deshalb immer ein bewegungsziel dabei haben es hat mich ja schon ein paar mal getroffen seit dem so äh ja splitter beim grosse glaube ich war es nicht ich habe ja jetzt das problem dass ich eigentlich mark of death nicht reinbringen kann oder ich muss ja die skelette raushauen und das kann ich jetzt aber noch nicht weil die mag ja noch wahrscheinlich zu wenig tankig sein werden ja wie gesagt das machen wir wenn wir genügend items haben und genau das ist das ding wir haben noch nicht genügend items ich habe sehr viele items auch in den moolies gepackt also in die moolies und habe einfach bemerkt dass ich einfach nicht die richtigen dinge habe nekrotik spade damage von skeletten mage ist zu schwach also wir machen keine kodik damage vom grund auf wir haben ja feuer skelette und feuer das untere ist ja eigentlich ziemlich gut aber das ist zu gross ich könnte es eigentlich austauschen aber dann habe ich 6 health win 6 prozent ich muss es machen ne ich muss es nicht machen ok ich tue es einfach in die kiste Mist ich habe keine ahnung von der botaner es passt einfach nicht auf scherzdeutsch passt es ich habe keine ahnung von der botanik aber auf hochdeutsch geht es einfach nicht so ja das ist einfach also bald werden wir wahrscheinlich sterben one-hitted werden oder so weil die maps werden langsam sehr sehr schwer aber ja auf die mf chancen so müsst ihr nicht schauen da könnt ihr auch nur 5 oder 10 machen aber auch dass ihr so einen killstreak habt müsst ihr halt schauen ja aber ich habe in letzter zeit einfach gelernt wie wenig zeit ich für euch anbieten kann weil ich ja im live streams noch dazu mache für eine längere zeit oder halt einfach jetzt momentan nicht fit genug bin das ist das grösste problem das ich momentan habe die zeit kann man die zeit wieder besser machen indem man halt einfach paar sachen abricht oder so aber ich bin halt einfach ein live streamer und let's player der ein bisschen ja unterschiedliche unterhaltung haben muss also mehrere games live streamer und let's play muss und da müsst ihr halt auf manche projekte warten aber ich habe auf meinem disco server das ist unten verlinkt in der video beschreibung ein wunsch ähm textkanal aufgemacht ganz oben irgendwie wünsche und ideen und da könnt ihr alles hinschreiben auch eben was ich livestream oder let's playen soll sonst mach ich noch ein extra extra kanal genau unten dran auf wo alles noch für das let's play und für die live stream sind oder noch einen für die live stream oder let's play ist hier wäre genug Platz und dann habt ihr ähm eben auch die möglichkeit mich direkt anzuschreiben und das ist eigentlich dann schon gut zu sehen dass ich das auch sehe jo ich habe da noch einen wunsch irgendwie ein last epoch ähm kanal zu erstellen gar nicht gesehen weil ich da unten nicht nachgeschaut habe oder das hat ein bisschen zu weit unten gewesen hätte gedacht dass das jemand eher oben schreibt aber das war da unten geschrieben bei äh Champions of Regnum Textkanal oder so ja ja Inflict Plage 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 ist ja Gift also Plage die Plage ähm was war denn nicht nekrotik Damage nein Gift Damage ja die Minions sind sehr zäh geworden ok der hat noch eine gezerbert ja es hat ein bisschen blöde mit der Zeit weil irgendwann muss ich ja wieder weit machen mit Fussball weiter trainieren aber jetzt momentan habe ich so schwere Entzündung ähm das Ding auch noch betroffen ist das Augenlid das linke also eine Rindehaut Entzündung noch habe und ein bisschen Hals Entzündung das ist jetzt gerade das Reden wieder nicht so tolle ja 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 man hat es nicht leicht weil man halt ein bisschen beeinträchtigt ist von Krankheiten und so blöde Gegner gerade das ist doof ich will ein bisschen vorwärts eigentlich machen um ein paar Unix zu finden aber wenn wir jetzt nicht geälen gibt es nicht Unix finden wir jetzt momentan auch nicht in dieser Map hm ah wir sind bald beim Boss Manonforge ok eigentlich könnten wir jetzt schon mal eine Arena machen ja machen wir das machen wir das in der nächsten Part dann haben wir genug Zeit für eine Arena äh für viele Wellen ok da ist irgendwo ein Boss Gegner noch also ein goldener Gegner ok Level Up 54 glaube ich ja 54 so so schlecht zu sehen der eine wird besiegt der andere auch ok ja manche Gegner sind ein bisschen zu zäh für den Beet momentan noch weil wir einfach zu wieder Map Ponies haben aber wir kommen gut durch die Minions sterben auch nicht und die Brights und die Brights die haben wir auch ein bisschen auf Leben gemacht weniger Life Decay die Brights wenn wir noch ein paar Level haben die schon Level 20 sind äh Skis ja sind schon Level 20 hätte ich da noch auf Leben machen können aber ja die halten noch genug durch ja die sterben nicht so schnell ja die sterben nicht so schnell ja ist also vielleicht durch AE-A-Griffe oder Dutz sterben hier noch relativ schnell ja was in dieser Map jetzt gar nicht so gut sind sind diese Generatoren diese Skelett keins die Wachen weiß nicht was kein heisst genau also ich kenn keins natürlich aber weiß nicht genau was das heisst ja wenn du gehen willst und lernst dann hast du immer zwei seien die Englische und die Deutsche und weisst nicht was alles ja die andere Art weiss das habe ich ja in den letzten halben Jahren oder so auch wieder ein bisschen mehr gelernt dass ich genau weiss ah das und das hat die gleiche Bedeutung und so aber eben ich muss endlich mal in eine Schule gehen können Englisch Sprachunterricht also Hilfe ja die Minions müssen jetzt gar nicht so zäher werden lieber Intelligenz das macht die Skelette stärker die müssen falsch genau aber geht so oben durch gar nicht müssen wir unten durch ja die müssen unbedingt die Entwickler müssen unbedingt hier noch die Maps alle relativ gleich lang machen oder so das ist jetzt eine sehr lange Map die Gegner nerven und auch die Gegner sind viel öfters da also viel mehr gespawnt das ist alles zusammen das ist alles zusammen halt eine sehr lange Map dann ich tu immer dort wo keine Nahkämpfer sind und so Heavy Raids spawnen damit wir dann nicht Probleme haben wenn die die Magier angreifen das sind die neuen Gegner oder so genau so immer ganz viele Schriekröten die sind so so ultra zäh was sie töten bevor sie Eier legen ganz viele Schüsse ich find das so cool wenn sie dann mal einfach Also durcheinander schiessen echt alle zusammen. Das finde ich nicht so toll. Also vom Speed her ist das einfach mega geil. Einfach vom Tech-Speed. Vom Bewegungsspeed, da muss da noch ein bisschen etwas kommen. In den nächsten Patches oder so. Leider ein bisschen zu langsam. Ich hätte gerne ein bisschen schneller gewandert oder ein Reittier noch besessen. Und dann einfach nicht so viele Monster. Einfach unterschiedlich viele Monster immer wieder machen. Wenn man kein Monster kommt, ein bisschen reiten könnte. Ah! Mann, das ist schlecht sichtbar. Die Leichen sind zu gross. Man sieht das glaube ich gar nicht manchmal. So, die Forge ist da. Okay. Boah, das war schon ein heftiger Weg. Schon echt schwer geworden. Heftig, deftig. Übel, dübel. An der Wand. An die Wand, glaube ich. Äh... Jetzt habe ich es gerade wieder überdenkt. Ich kann das eigentlich... Ich kenne eigentlich den Spruch. Aber ich habe ihn gerade verloren. Ich habe ihn, glaube ich, falsch ausgesprochen am Ende. Ähm... Nein, ich muss wahnsinnig sagen. Übel, übel, kleiner Dübel. Link an die Wand. Wo ihn niemand mehr fand. Irgendwie sollte das aber falsch. Hehehehe. Habe ich sicher schon zwei, drei Jahre nicht mehr so richtig gehört. Ich hatte mal einen deutschen. Also das ist ein deutscher Spruch. Der gibt es in der Schweiz, glaube ich, gar nicht. Oder sehr selten. Und... Ja... Da hat man natürlich schon jetzt nicht immer genau den Plan, wie es läuft. Das ist ein guter Spruch, weil er vielleicht immer gleiche Wörter verwendet. Im Sotz. Aber der Sotz ist natürlich anders. Ja, okay. Ein neues. Den habe ich, den Skin habe ich jetzt noch nie gesehen. Lightning... Ah, kann das sein, dass das das Gute ist für den Blitzbeet? Also für den Lightning Blastbeet? Naja... Naja, das ist der Gute. Okay, schön, dass wir den jetzt mal haben. Endlich mal! Endlich mal! Aber ich kenne ihn halt noch nicht so. Also ich habe ihn nur gelesen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das ist der gute Start. Jupp. Ja, einfach viel Damage für den Blitzbeet. Aber da muss irgendwie noch etwas anderes kommen. Ich habe nicht gerne einfach einen Lightning, der gerade ausgeht. Ich brauche den Kettenblitz noch. Das ist einfach mal eine Bequemigkeit. Und ja, als Path of Exile den Arx Kill. Einfach zu gut gewöhnt. Und das Sabio. Hätte ich ja da... Bin gewollt, oder? Den Kettenblitz. Nicht nur der Blitz. Aber er ist zu stark. Und deshalb möchte ich ihn nicht geben. Und du hast ihn nicht selber bringen bleiben. Also einer ist da links. Dann gehen wir lieber zuerst nach links. Weil wir den schon sichtbar haben. Lass mal, komm mal runter da. So. 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 Hier sind die Void-Enemies wieder, die machen hoffentlich nicht so viel Damage, weil wir dann auf den Boden haben. Ja, auf den 90% mehr Damage. Jawohl, das macht schon viel Schaden. Die machen extra zu wenig Schaden, aber für das wenige Schaden machen sie viel Schaden. Diese Schuss vom Himmel. Ja, okay, die könnten stark sein. Deshalb ein bisschen auf Entfernung. Sehr gut. Und wenn wir halt sterben, dann sterben wir, weil die Map für uns zu schwer wurde. Leider, nicht anders machbar. Boah, machen die viel Damage. Dieser Schuss hat dann viel Damage gemacht. Also ja, ziemlich viel. Okay, solche Maps sollten wir re-rollen. Also die sollten wir nicht machen. Ist bei Power of Exile ja auch immer schlimm, wenn so 150 oder so Prozent Lightning Damage ist oder so. Aber die Lightning Gegner ja auch viel zu viel Schaden, um auszuhalten und 75 Resistenz zu haben. Ja. Fünf Stärke? Ich mache mich jetzt nicht mit. Ahem. So. Langsam wird der Schleim weg. Wieso macht eigentlich der Körper Schleim? Also produziert er Schleim? Eigentlich nur zum Haare oder Polen oder so raus zu manövrieren. Aber... Wieso ist der Schleim hartnäckiger als wenn ihr räuspert oder sonst irgendwas? Und das dann hoffentlich ja alles kommt. Der Sterb. Okay. Aber einfach nicht so viel, bitte. Es ist manchmal echt nervig, wenn man dann einfach aufwacht und dann viel Schleim drin hat. Und dann aufnimmt oder der Livestreams schon macht. Das ist halt, wenn man Asthmatiker ist. Ja. Handicap, aber das stört hoffentlich niemanden so richtig. Also Leute, die etwas eklig finden, müssen ja auch nicht unbedingt an denen zuschauen. Also es ist natürlich schon klar, dass man auch gerne irgendwie ein Projekt sieht oder so. Aber eben, wenn jemand echt das widerlich findet, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber ich kann es einfach nicht verhindern, weil es zufällig ist. Oder ja, ich einfach das nicht davor irgendwie entfernen kann. Das kommt halt einfach raus. Da finde ich dann einfach ein bisschen komisch, dass bei grossen YouTuber dann alle so mega sensibel und ja, dass Sachen nicht mehr wollen. Das macht einfach ein Handicap zu denen, die betroffen sind, die solche Sachen haben. Und da einfach irgendwie auf das zu verzichten kann man ja eigentlich nicht. Das ist wirklich ein schöner Beruf ist. Also ein schönes Hobby ist er. Okay, lieber Schaden. Das wird langsam zu schwer. Also Crickle Strike Chance ist sehr OP. Nicht nehmen. Dann müssen wir Damage nehmen. Ah ja, ich hätte rerollen sollen. Aber dann hätte ich wieder nachher ein Woid. 98% oder so. Ja. Okay, der Golem hält jetzt mal gut aus. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen zurückgehen. Jetzt kommt's für die Gegner. Okay, jetzt sind die Gegner schon weg. Was müssen wir hier machen? Okay, hier ein Boss besiegen. Sehr gut. Kostet nichts. Also dieses Gebiet gibt's schon lange in den Maps und jetzt kommt in Patch 0.7.8, also dieses Gebiet auch in die Kampagne. Ist ja eigentlich nicht so dolle, wenn man jetzt Maps Sachen auch noch einfügt, wie bei einem Nebengebiet machen von einem Akt. Aber ich hab's ja relativ gern, dieses Gebiet. Nur es ist halt immer ein einzigen, also es ist immer ein einzigen, ein einziges Gebiet ständig. Also es ist in jedem Map immer ein einziges Gebiet. Ist halt noch die Abästung nicht soo gut. Ich hab's ja lieber, wenn ich wirklich schöne Abästung habe und nicht immer das ganze Zeit gegrindet ist. Nur in diesen Action-Rollenspielen muss ja das ganze Zeit gegrindet sein, laut Entwicklern. Die Spiele wollen's nicht, aber die Entwickler wollen's unbedingt einbauen. Und da haben wir ja das Problem, dass es eigentlich den meisten dann nach einigen Tagen oder Wochen nicht mehr Spass macht. Und deshalb sollte man ja eigentlich als Entwickler lieber auf Langzeit-Motivation schauen. Ich zum Beispiel gebe mir ein Game, das mir gefällt eigentlich Jahre. Und ich brauche nicht Abwechslung, wie andere Leute. Nur Grinden geht mir immer mehr auf den Keks. Genau das Grinden, immer wieder wiederholen von Sachen, um andere Resultate, also bessere Resultate zu bekommen. Geht mir auf den Keks. Es sollte mal am besten möglich sein, um am besten Abwechslung reinzubringen. Das schaffte Pufferfaxi nie. Es gab immer neue Features, wie zum Beispiel eine Mine. oder zum Beispiel zeitliche Events und so, aber die hatten nie Abwechslung. Nie. Also es war immer so ungefähr nach einem Monat oder so dann wieder auch wieder stinklangweig für mich. Wo es mir eigentlich nie so richtig langweig wird in Games. Und genau das macht jetzt Last Epoch scheinbar auch. Also das ist einfach Recycling von Map-Sachen in den späteren Kampagnen kommen. Und ja, ich finde ja Patch 0.7.8, was sie jetzt angekündigt haben und alles, mega interessant. Das könnte zum Beispiel, ja das kann ich nicht so gut machen, das könnte dann eher jemand anderes für mich machen. Von Steam auf der Homepage die Links einfach verlinken von den News zu Last Epoch. Und einfach die Website benutzen, aber das ist jetzt nicht so toll geschrieben. Bei Steam ist das immer besser geschrieben. Einfach ein bisschen News bei mir auf dem Kanal machen. Ich habe Discord gemacht. Ich habe Discord gemacht. Ja, das ist sicher. Okay. Also, in der Fall ist der bitte ein Unique rein. In den Maps spawnt irgendwie kein Unique mehr. Okay. Das ist ein bisschen blöde, blöde, blöde. Erfüllungsschlecht. Ist da unten noch etwas? Das ist ein Sauggas. Eine Uhr bitte. Okay. Reicht das noch für eine Map? Man, ladet doch damit ich die Uhr sehen kann und rechts. Nee, ja, nee. Es landet nicht mit einer neuen Map. Yes! Nochmal eine neue Rüstung. Cool. Okay. Einfach eine Lebensrüstung. Ist nicht so speziell. Nimm dieses Plag on Hits. Ist für mich nicht relevant. Ich weiß nicht, ob ich eine opfern kann. Die da. Die Magier müssen stärker werden. Die haue ich eben raus. Und... Ich kann jetzt mal hier irgendwo... Entstehen... Jetzt haben wir genug Arena Case. 4 und... 7. Also 11. Aria Case. Könnten wir schon hoffentlich jetzt erreichen, aber es wird dann natürlich viel schwerer sein als die Maps. Das ist ganz klar. Okay. 31. Minim Physical Damage. Das ist sehr interessant. Aber noch zu schwach. Ja gut. Was haben wir als nächstes? Ja. Machen wir das nächstes Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ja, ist genug lang. Tschüss.